Es mag nicht der beste Moment dafür sein, aber ich möchte euch etwas fragen. Da wir jetzt in Denerim sind, möchte ich fragen, ob es möglich wäre, nach jemandem zu sehen. Ich rede nicht von einem Freund. Nicht wirklich. Und es ist auch nicht die andere Art von Freund. Es ist so. Ich habe eine Schwester. Eine Halbschwester. Ich habe euch doch von meiner Mutter erzählt. Sie war Dienerin auf Schloss Redcliffe und sie hatte noch eine Tochter. Von der wusste ich aber nichts. Vermutlich wusste auch sie nichts von mir. Meine Geburt wurde ja geheim gehalten. Als ich dann ein grauer Wächter war, habe ich Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass sie noch lebt. In Denerim. Nein. Ich wollte ihr schreiben, habe es aber nicht getan. Dann wurden wir nach Ostagar gerufen und die Gelegenheit war dahin. Nur sie ist mir von meiner Familie geblieben. Nur sie hat mit dieser ganzen Königsproblematik nichts zu tun. Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, sie zu besuchen. Die Verderbnis naht. Und ich weiß nicht, ob sich je wieder die Gelegenheit bietet, sie zu sehen. Vielleicht kann ich ihr helfen. Sie vor der Gefahr warnen, was auch immer. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nichts über sie, kenne nur Name und Wohnort. Sie heißt Goldana, ist verheiratet und lebt in der Nähe des Gesindeviertels. Wenn wir in der Gegend sind, würde ich gerne vorbeischauen. Wenn wir in der Gegend sind, würde ich gerne vorbeischauen.